Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der zweiten Sportliga hier auf meinem Kanal. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Turnier, das es schon seit neun Saisons gibt. Eine Saison dauert so lange, bis jeder mal gegen jeden hier gespielt hat. Und zum ersten Mal konnte ich mich tatsächlich für dieses Turnier qualifizieren. In der Aufstiegsrunde konnte ich mich durchsetzen gegen ein paar andere Spieler. Zwei davon sind hier auch natürlich noch mit dabei und die anderen zwei haben es nicht geschafft. Also insgesamt fünf Leute haben die Aufstiegsrunde gespielt. Ich bin somit zum ersten Mal dabei hier in der zweiten Sportliga nach dem zweiten Anlauf. Im ersten Anlauf hat es hier eine Aufstiegsrunde nicht gereicht für mich. Und somit spielen wir heute unser erstes Spiel gegen Uting 132. Das ist meine erste Gegnerin hier in diesem Turnier. Das ja über die App Kicktip auf jeden Fall gemanagt wird. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, hier in dieser Liga, dann könnt ihr gerne natürlich der Gruppe folgen und reinkommen. Und somit würde ich sagen, wir standen jetzt erstmal rein gegen Uting 132. Und ja, in der ersten Runde, da zählt es sowieso noch nicht. Es zählen nämlich nur die Ergebnisse aus der dritten und der vierten Runde. Also deshalb heißt es ja Schwartliga. Und somit würde ich sagen, starten wir direkt mal rein in das Duell. Und da hat Uting 132 auf jeden Fall jetzt schon gespielt. Das ging ziemlich flott auf jeden Fall. Und ja, Macht und Geld wurde ausgewählt. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall in dieser Saison, ja, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist das Ziel. Und vielleicht starten wir heute schon rein mit dem ersten Punktgewinnen. Sind aber tatsächlich auch schwierige Gegner hier mit am Start in der Liga. Das muss man auch mal dazu sagen. Was war das letzte skandinavische Land, welches das Frauenwahlhecht einführte? Das war Schweden. Und das ist schon mal die richtige Antwort. Beide richtig, somit 1 zu 1. Aber zählt ja bisher noch nicht. Aber das ändert sich ja jetzt dann bald. Wofür steht das S im Parteinamen der SPD? Sozialdemokratische, auch das haben wir beide richtig. Und was ist keine Ermittlungsbehörde der USA? Das ist die NRH. Und auch das ist richtig von beiden, also 3 zu 3. Und da sieht man auch schon, dass die Gegnerin von mir ja auch richtig stark unterwegs ist. Jetzt darf ich mir also die Kategorie aussuchen in der zweiten Runde. Und was nehmen wir da Schönes? Dann nehmen wir, denke ich mal, ja, draußen im Grünen. Und da haben wir folgende Frage. Dieses Kakteengewächs teilt seinem Namen mit welcher Figur der Opa die Zauberflöte? Und da würde ich sagen, Königin der Nacht. Das ist die richtige Antwort. Welches dieser Tier ist kein Säugetier? Jetzt wird es interessant. Ich würde sagen, das ist echt schwierig. Der Hai, wenn dann. Und das ist die richtige Antwort. Musste man auch jetzt nach Ausschlussverfahren machen. Elefant konnte ich ausschießen. Wal und Tiger eigentlich dann auch. Beim Hai war ich mir nicht sicher. Aber letztendlich richtig entschieden. Wie nennt man eine weiße Feldzeichnung am Vorderkopf von Tieren? Das müsste die Blässe sein. Und auch das stimmt. Also wenn wir jetzt 103 und 104 wären, hätte ich jetzt alle sechs Fragen richtig. Und dann hätte ich einen Punkt auf jeden Fall sicher. Also mal schauen, ob es dann in den nächsten zwei Hunden auch so gut weitergeht. Das bisher perfekte Spiel. Also das war schon mal richtig stark von mir. Aber es zählt halt noch nichts. Es steht 6 zu 6 im Spiel gegen Uting. 132. Das perfekte Spiel aktuell auf beiden Seiten. Aber jetzt kommen die zwei entscheidenden Hunde. 103 und 104. Und da zählen jetzt die richtigen Antworten. Und es wurde eine Kategorie gewählt, wo ich wirklich nicht gut drin bin. Nämlich Kunst und Kultur. Also ganz ehrlich, das wird sehr, sehr schwierig da was mitzunehmen. Aber wir probieren es natürlich. Uns bleibt sowieso nichts anderes übrig. Und da haben wir jetzt folgende Frage. Wie heißt WA Mozarts 41. Sinfonie im C-Dur? Da habe ich jetzt schon keine Ahnung. Ich nehme aber die unvollendete. Und das ist natürlich falsch. Es wäre die Jupiter-Sinfonie gewesen. Wäre ich auch nie draufgekommen. Somit 0,1 hinten. Wo wird Dubcat getanzt? Das könnte mir vorstellen, dass das in Lateinamerika der Fall ist. Ist aber der Nahe Osten. Und schau an die Uting. Die hat das falsch getippt. Aber ich auch. Aus welcher Oper ist das behümpte Klagelied? Ach, ich habe sie verloren. Auch hier. Keine Ahnung. Wir nehmen Tristan und Isolde. Und somit 0,1 hinten. Aber wie gesagt. Nur 0,1. Da kann noch was passieren in 104. Wie gerade eben schon gesagt. Kunst und Kultur bin ich einfach wirklich nicht gut. Und deshalb hoffe ich, dass jetzt was Vernünftiges kommt. Da nehmen wir natürlich Musik und Hits. Da habe ich bessere Chancen, was richtig zu machen. Welche Band schrieb Hits wie Back in Black, TNT und Thunderstruck? Das war natürlich ACDC. Und das ist eine Frage, die auch Uting auf jeden Fall beantworten kann. Welche Sängern gelang mit dem Song Genie in a Bottle der internationale Durchbruch? Das war auf jeden Fall Christina Aguilera, damals. Zweiterichtiger an Ort. Und welcher Single der Goombay Dance Band hielt sich 1980 wochenlang auf Platz 1 der deutschen Charts? Das war Son of Jamaica, glaube ich. Und auch das ist die richtige Antwort. Dreihichtiger bei Musik und Hits. Ich habe mein Bestes gegeben. Und mal schauen, was Uting jetzt auf jeden Fall auswählt. Wenn sie auch Dreihichtiger hat, habe ich knapp verloren. Dann, wenn sie nur zwei Richtige hat, haben wir zumindest mal einen Punkt geholt. Also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr in der eigenen Hand. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes hier gegeben. Es steht 9 zu 10 gegen Uting, 132. Und ich habe leider ja unser Short-Duel jetzt knapp verloren mit 3 zu 4. Aber wie gesagt, war eine knappe Geschichte. Es lag wirklich an Kunst und Kultur, dass ich das verloren habe. Aber ansonsten hätte ich sogar vielleicht was mitnehmen können. Punktemäßig. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit Runde 5. Die spielen wir natürlich auch noch. Weil wir müssen ja sowieso noch ein bisschen warten tatsächlich, bis die anderen Leute gespielt haben. Wir waren jetzt wirklich die Ersten, wo fertig waren. Also spätestens Dienstag kommt dann auf jeden Fall das Video. Wie heißt die Hauptstadt von Uganda? Das ist diese hier nicht. Das ist Kampala. Zu welchem Land gehört diese Flagge? Das weiß man nun wieder. Das ist Armenien. Alle anderen Flaggen kann man ausschließen. Litauen hat sie genommen. Also das ist ganz falsch. Welches österreichische Bundesland ist auf zwei geografisch getrennte Gebiete aufgeteilt? Das müsste, also Wien ist sowieso kein Bundesland in Österreich. Das müsste Tirol sein. Und das ist es tatsächlich dann auch. Weiterhin jetzt also der knappe Huckstand. 11 zu 12. Aber wie gesagt, 11 Richtige in 5 Hunden. Das ist schon eine starke Ausbeute. Jetzt nehmen wir Wunder der Technik noch zum Schluss. Vielleicht kann ich ja noch einen Unentschieden hier zumindest ihr zwingen. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Wer erhielt im Jahr 1901 den ersten Physik-Nobelpreis? Das müsste Albert Einstein gewesen sein. Es war tatsächlich Wilhelm Röntgen. Okay. Wie hoch ist die Freistatue in New York inklusive Sockel? Das müssten 112 Meter sein. Das ist das höchste. Nein, nur 93 Meter. Also jetzt merkt man auch wieder, dass ich zwei Fragen falsch beantwortet habe. Auf welchem Gebiet war der 1923 geborene Jim Marshall ein Pionier? Das müsste der Schiffsbau gewesen sein. Nein, Gitarrenverstärker tatsächlich. Also, ja, Wunder der Technik jetzt auch nochmal eine Nullrunde. Aber wie gesagt, 11 Richtige in 6 Runden. Das ist definitiv ein wirklich gutes Ergebnis. Damit kann man gut leben. Und ja, das Spiel verloren gegen Uting, aber ist nicht so schlimm. Sie ist vom Willstall-Ranking her sowieso um einiges weiter oben als ich. Deshalb geht das auf jeden Fall klar. Wir schauen jetzt abschließend nochmal auf die Tabelle hier der zweiten Short-Liga. Und da sehen wir, ich bin aktuell 11er von 12. Also der vorletzte Platz aktuell. Und das würde dann jetzt bedeuten, ja, leider der Abstieg. Ja, beziehungsweise da wäre ich dann mit in der Aufstiegshunde dabei. Sollte die Sassu jetzt vorbei sein. Aber das Gute ist, es ist ja erst ein Spiel durch. Und da kann sich nämlich nochmal alles hier verschieben. Okay, Leute, im nächsten Spiel geht es dann gegen den aktuellen Nobellenführer ran. Gegen ERP K. Papa, der aktuell auf Platz 1 ist, sein erstes Spiel 5 zu 4 gewonnen hat. Und ja, gegen den muss ich beim nächsten Mal anreden mit. Also auch eine Herausforderung, definitiv. Aber wie gesagt, wir geben auf jeden Fall wieder mal unser Bestes. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.